Moin moin, ich bin's, euer Flattie. Heute biete ich Paroli. Das ist ein Distract, der hat es in sich. Mach dich bereit, Excel95. Egal, was du machst, du gibst um 10 Prozent. Ich diste dich und du artig böse Hengst. Excel95, dir wird alles geschenkt. Gib endlich auf, dann wirst du verdrängt. 24 Stunden hat ein Tag. In dieser Zeit frisst du alles, was du hast. Kreist dir dein Fressen von Anfang an. Hast mit Diarrhoe einen Dauervertrag. Dein Hals ist nicht mehr erreichbar, weil du immer mehr Fett hast. Der Boden ist nicht reifbar. Deine Kilos steigen immer höher auf der Leiter. So ein fehlender Eifer sorgt dafür, dass du immer scheichst hast. Dir hat nur hoffentlich gefressen zu werden von dir, Excel95. Jetzt wurdest du gedisst. Ich kann nicht weppen, das ist mir gewiss. Jetzt verabschiede ich mich, nur damit du's weißt. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.